Ja, Barrello, mein Sportsfreund Barrello, was ist mit dir los? Was genau stimmt nicht mit dir? Das frage ich mich gerade. Total Schrott dein Auto, auf der Autobahn, ich habe das Video gesehen, ich dachte ich werde nicht mehr, der Reifen, der hängt so richtig raus. Vorne ist total alles eingedellt, das ganze Auto ist Schrott, das kannst du wegschmeißen. Das kriegst du nicht wieder hin. Total Schaden auf der Autobahn. Herr Arm, Barrello, du bist ja kein Papagei, aber ich könnte dich am liebsten zu einem Papageien umtaufen, Barrello, weil es ist einfach scheiße. Du kannst doch nicht, du hättest doch, dabei hätten doch Menschen draufgehen können. Dabei hätten Menschen, du hast da Menschenleben in Kauf, du fährst einfach zu schnell und zu waghalsig. So ein Umfall, du hättest selber bei draufgehen können. Das ist ja nicht eine Schrottkarre, der Schrotti vom Schrottplatz dahingestellt hat, damit du ein schönes Video machen kannst. Das ist dein Auto, was du bezahlt hast, vielleicht hat das auch Mami oder Papi bezahlt, ist mir scheißegal, aber du kannst doch nicht auf der Autobahn so wild daherfahren, daher, also ne. Gut, man kann sagen, ja, kann immer mal passieren und Unfall, ja, gut, es kann immer mal passieren, aber du bist bescheuert gefahren. Das ist abzuleiten von der Schrottkarre, die du da stehen hast. Das komplette Auto ist Schrott, es ist nichts mehr da vom Auto, was irgendwie schön, was man verkaufen könnte. Nicht mal ein Schrotthändler oder ein Türke würde das Auto nehmen, ein türkischer Autohändler würde sagen, schade, schade, schade. Ja, nee, Schrott. Kann nix mit anfangen, nix gut. Verstehst du? Vielleicht ein paar Teile, ich geb dir Wuffi. Also, Parello, da musst du wirklich an dir arbeiten, das geht so nicht. Ich finde, ich finde, das ist abscheulich. Und dann bist du noch stolz darauf und machst ein Video mit irgendwie Gesang, sing doch selber, tanz doch bitte nächstes Mal neben der Autobahn, neben deinem Auto und mach ein Eiertanz, bitte, ich bitte dich darum, weil dann wird es noch irgendwie witziger für dich. Das kann doch nicht wahr sein. Hast du nicht Autofahren gelernt in der Fahrschule? Hast du überhaupt einen Führerschein? Ich gehe mal davon aus. Aber selbst da, also, dir sollte es verdammt nochmal leidtun, deine Versicherung, ja gut, vielleicht zahlt die Versicherung, weil es nicht eigenverschulden ist, aber da ist dir wohl richtig jemand reingebrettert. Und das bestimmt nicht ohne Schuld, du hast bestimmt Schuld mit. Ja, Parello, also nächstes Mal fahr ordentlich oder geh am besten zu Fuß. Dankeschön.